hallo willkommen zurück da sind wir auch schon wieder an diesem total spannenden cliffhanger bevor wir durch diese tür gehen jetzt geben wir der frau ambrosia auf der tür ist andere als relief eine dachde frau zu sehen sieht aus als könnte die frau etwas in die hand lege ambrosia benutzt nach in die tür versuchen des opernhaus hmm welcome sir is this your first time here yeah it is you'll be nice to me won't you of course i will i'll treat you so nicely you'll never want to leave now that's what i'm talking about you 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 come on show Ja, natürlich. Und ich hab mich schon gewundert, so, ja, in welcher Zeit kommt sie eigentlich? Und dachte dann so, ah, bestimmt irgendwie sie, bestimmt im Nächsten. Ähm, ich, ich kenne sie nur hauptsächlich, ähm... Von meinem Handy hin vergründet. Ich wollt grad sagen, von sehr schönen Fanart, es wäre ne sehr schöne Frau, Handy. Ja. Sehr, sehr, sehr heiß, sehr heiß. Ja. Und ich war grad, mein Gedanke eben war grad so, oh, hoffentlich muss ich nichts sensieren. Aber ist ja alles bedeckt, man sieht ja keine Nächstenwölkern. Au. Aber wie die Erse geflirtet haben. Ja, au. Ja. 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 weil es sich dann langsicht auf andere Fälle freist. Und deswegen ist es einfach keine Gewalt. Man kann Dinge nur schon anders lösen. Man kann schön diskutieren. Und wenn man Aggressionsprobleme hat, gibt es da sehr viele Angelegenheit für als Mensch aufs Maul zu haben. Das weiß ich, weil ich sehr große Aggressionsprobleme habe. Und man braucht einfach ein Ventil. Für manche Leute ist das Ventil einfach für solche Spiele spielen. Und virtuell auf Leute darauf zu kloppen. Für mich hilft es immer, mir Musik anzutragen, in der ich damals doll angeschrieben werde. Oder auch Sachen einzuschlagen. Zum Beispiel den Boxsack. Oder sonst was. Kalk zu kneten. Fun fact, man erkennt an der Höhe von ihrem Kleid, wie viel ihr Schild noch hat. Wie viel Leben. Weil ich kann sie halt nur angreifen, wenn Alon-Nedamore ist weg. Ah, auch interessant. Wie viel Leben. Oh, sie ist schon echt ein harter Gegner, oder? Sie ist nicht schlecht, aber jede ihrer Technik ist sehr gut angekündigt. Von daher finde ich das gar nicht schlimm. Und es macht ihr auch schade, wenn du dann in den Scherzen da stehst. Genau, sobald sie die Dunkelheit wieder zusammenzieht, muss ich da weg. Nein, nein, geh weg. Erstmal wieder voll viel Politisches und so mit Reichen gebracht in die Folge. Ach, das ist okay. Ich bin ja auch beschäftigt. Ja. Auch. Nein, geh weg. Boah, was ich hier noch zu erwähnen. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. So, zum Beispiel, wenn Eltern ihre Kinder schlagen und Kinder nur lernen, äh, dass man Konflikte mit Gewalt lösen kann, dann wachsen sie auch eher, also tendieren eher dazu, aufzuwachsen und auch eher Konflikte mit Schläge zu lösen. Und vielleicht in der Schule und sonst wo Schlägereien anzufangen oder tatsächlich Reisen zu machen. Oh, kurze Lachen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass Leute lernen, dass man Konflikte auch anders lösen kann und dass man nicht geht mit... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich habe keine Kinder auch. Ähm. Ich muss sagen, mein Bruder ist da ein fantastisches Beispiel. Äh, wir haben als Kinder tatsächlich nur Gewalt als Konflikt lösen zu lernen und er hat jetzt eine Tochter und er würde mir nicht mal nichts antun. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er die anschreien würde. Weil der hat da so seine, seine Balance gefunden, gut zu regulieren auch eigentlich. Ähm. Und das ist was richtig Gutes. Und ich hingegen würde sagen, ähm, ich möchte niemals Kinder haben, weil ich einfach nicht weiß, ich habe jetzt einen Konflikt. Kannst du nicht wegsprengen? Was passiert? Ist der Controller? Der Controller ist... Oh nein! Hat Verbindung verloren. Scheiße. Äh, hast du die Aufnahme beendet? Nein. Moment. Achso, ist jetzt Pause? Ah, da ist er wieder. Oh nein! Äh, ja, ich war gerade dabei zu sagen, dass ich niemals Kinder haben will, weil, ähm, ich hätte wahnsinnig einfach, dass ich meine Kinder schlagen würde. So, komm. Ah, my, you're sweet. You'd think so, wouldn't you? All right, I'll help you. Your father was a handsome devil, But you're not slouch yourself. Your quest cause is breaking your back and you're in front of the way you attacked. Meet your foes. Meet your stand. You make the way that you can. See the floor. See me fall. See me fall. See me fall. You'll see you fall. Die! Woo! Wie cool! Nevin. Dante kann mit dieser Gitarre Fledermäuse kontrollieren. Die Sichel der Gitarre ist tödlich. Es ist eine Gitarre, die gleichzeitig... Eine Gitarrensense. Hm. Kamera. Huh? Hm. Willkommen zurück. Ich hätte da mal eine Frage. Wo lagert sie die ganze Munition? Willst du das, wenn ich mich wissen? Jetzt hatte ich voll das düstere Thema. So, komm. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Beim ersten Versuch. Ja. Weil ich voll noch so... Kinder schlagen und dann so... Wow, ist das cool! Ja. Oh, Gamepad. Bitte mach das nicht normal. Ja, das war kacke. Man kann ja sagen, du spielst mit dem Pro Controller der Switch, ne? Mit dem Nintendo Switch Pro Controller. Ja, das äh... Ich mag den vom Layout lieber als meinen normalen USB-Controller. Das finde ich ja interessant, weil die meisten präferieren ja den, äh, Xbox-Controller. Weil... Ja, ich hab keinen Xbox-Controller. Ja, aber die... Ich hab keinen Bezirk, die sind eh aufgebaut wie der Xbox-Controller. Eigentlich wie der PS2-Controller. Oh, okay. Der Xbox hat vom PS2 da abgeguckt. Ah, okay, gut. Ja, ja doch. DualShock 2. Der mit den... Äh... Liegt hier vor mir ne Logitech-Variante davon. Ja... Aha, aha, da hast du einfach einen Logitech. Ja, hab ich mir damals gekauft. Das Ding ist nicht schlecht. Soon we will reach the Lair of Judgment. Ich brauch halt ein Gamepad. Tim und Negru will finally regain its full Funktion und lead us into the demon-world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. We must be faint. He will be aantic Das. The girl really bothers you? What are you talking about? Why did you not kill her? Perhaps because she is your daughter? Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... Oh, oh, oh. You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. I have no use for you. Okay. Okay. 14 min 50. Schwarze Mächte. Hä? Er hat in den dunklen Mächten. Ja. Also auch wieder eher so ein Zauberer? Ja. Der seine Seele verkaufen wollte? Irgendwie sowas. Und dafür seine Frau geopfert hat? Irgendwie sowas. In die Richtung, ja. Also das kann ich verstehen, dass seine Tochter piste. Ja. So. Ah, vor allem für Nevin gibt's wieder Air Raid. Das ist aus DMC1 das, wo man in die Luft fliegt und Blitze runterschleudern kann. Cool. Okay. Falls du dich noch erinnerst. Mhm. Vor allem ab. Erhöhen sie das Tempo mit dem sie Fledermäuse hervorrufen. Passive Fähigkeit. Ja. Genau. RB und A in der Luft. Äh. Wollen wir dann gleich die Folge beenden? Ja. Ich guck gerade nur noch ein bisschen im Shop und mach wohl ein paar Verstärkungen und dann... Befördern sich den Gegner in die Luft und rufen sie dann einen Schwarm Blutrinds für Fledermäuse. Klingt cool. Ein paar Sachen werde ich... Ich hol mal nicht Air Raid, das ist ein bisschen. Teuer oder? Ja, ich hol mal Reverb Shock. Hm. Ich bleib mal auf Spotify. Okay. Ja komm, wir sparen mal ein bisschen. Achso. Ja. Wir wollten die Folge beenden. Ja, mach was jetzt. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Bis dann. In zwei Tagen, falls ihr das Video aktuell guckt. Dann... Tschau. Tschüss.